Ja, willkommen zu Der Brief für den König, ein RPG Maker 2003 glaube ich im Spiel und ich denke wir halten uns auch nicht allzu lange hier im Intro auf. Ich habe dieses Spiel ausgewählt, weil es mir optisch sehr gut gefallen hat, es hat mich sehr an unterwegs in Düsterburg erinnert, hat aber so wie es aussieht überhaupt nichts mit dem Universum zu tun. Aber ich denke mal den Rest werden wir in unserer neuen Erzählung herausfinden. Intro ansehen, ja was für eine Frage, wir wollen ja möglichst viel von dem Spiel zeigen und vor allem auch von der Story. Ja bitte. Wie müsste man die Stärke eines Menschen, das fragte mich einst ein Freund. Mist man sie an seiner Kraft, seinem Mut, an seinem Auge für den Unterschied zwischen Gut und Böse? Mist man sie vielleicht an seiner Treue oder seiner Entschlossenheit? Oder vielleicht doch an etwas ganz anderem. Mio Ram, Mio Raim präsentiert nach dem Roman von Tonke Drakt, scheinbar kein Deutscher, Der Brief für den König, ja. Ich wünsche euch, ich könnte euch großartig was zum Spiel sagen, ich habe es mir allerdings ziemlich blind im Atelier runtergeladen. Ich bin ein großer Freund von Makerspielen, ich habe ja schon ein paar mit DSD-Steve zusammen gespielt. Ich habe ihn sogar, ehrlich gesagt, fast schon auf den Maker hingewiesen. Einst herrschte Friede auf der Welt. Doch dieser Friede, und dann war der Text schon wieder vorbei, weil ich mich nicht konzentriert habe. Dann jedoch kamen die Menschen und zum ersten Mal seit der Erschaffung der Welt wankte die Harmonie. Doch gute, kluge Männer und Frauen ahnten, dass Streit nur zu Krieg und Leid führen würde. So erhoben sich zwei Reiche aus dem Chaos. Unauin im Osten und Dagonaut im Westen. Naja, schön mit der Weltmatt. Aber nichts Gutes an dem Menschen teilhaben, ist von Dauer. Und so zerbrach der Frieden. Allerdings nicht jener zwischen den beiden genannten Königreichen. Ein drittes Reich erhob sich in der Wüstenöde des Nordens. Ebeland steckte sogar schon evil mit drin. Haha. Das einzige Ziel der Belands schien die völlige Vernichtung unter uns zu sein. Warum? wusste niemand. Dagonaut stand abseits. Doch etwas ist geschehen. Eine weitere Figur betritt das Schachbrett. Sie weiß es nur noch nicht. Oh, das ist bestimmt unser Protagonist. Ich bin ja mal gespannt. Kapitel 1. Die Nacht der Nächte. Naja, ohne den bestimmten Artikel, aber... Ich denke mal, das sollte keinen großen Unterschied machen. Gefällt mir wunderbar. Das ist bestimmt eine kleine Waldkapelle. Herrliche Atmosphäre. Auch wenn es natürlich mal wieder regnen und donnern muss, aber... Tja, das gehört eben dazu. Ich schätze, ich habe sie abgeengt. Vorerst. Jetzt bin ich an der Reihe. Zum Glück hatte ich noch einen Teleport-Kiesel bei mir. Einen Teleport-Kiesel also. Ja, ich hoffe auch, dass meine Stimme gut verständlich ist und dass es keinen Rauschen gibt. Aber wo bin ich? Ein Wald? Welcher Wald? Welches Land? Bitte Gott, lass es nicht der Wille an sein. Ich spreche ihm vielleicht ein bisschen zu fies dafür, dass es ein Mönch oder Gläubiger oder was auch noch ist. Ah, da drüben ist eine Kapelle. Aber was, wenn da niemand ist? Ich schätze mir keine Wahl. Ich muss es riskieren. Ja, und wenn da keiner ist, dann hast du mal einen Schutz vor Regen. Ich könnte kotzen, Leute. Wann geht diese Nacht endlich zu Ende? Weg dich ab, Kaspius. Wir haben sieben Jahre gewartet. Da werden wir die letzte Nacht auch noch rumkriegen. Ist doch so, oder, Thuri? Ich hoffe jetzt mal, dass es überhaupt ein Mädchen ist. Ich, äh... Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hab überhaupt nicht zugehört. Siehst du, Kaspius? Ich will... Ich weiß nicht, wie spät es ist oder früh. Wir sollten alle Ruhe bewahren. Wir werden morgen kommen, wenn die Standwachen kommen und uns abholen. Und dann wird man uns auf hinten tragen. Ich kann das wirklich kaum erwarten. Ich glaube, ich komme jetzt hier gerade um die Stimmen durcheinander. Ich hab ein bisschen Nachsehen zu mir gegenüber, dass es gerade eins meiner ersten Let's Plays ist. Deswegen. Ja, aber bis dann dauert es noch. Das ist doch 100 pro ein Kerl. Ich meine, ich hab ihn ohnehin die ganze Zeit falsch gesprochen, aber... Was zur Hölle? Habt ihr das auch gehört? Ja. Da ist immer an der Tür. Oder etwas. Wenn das ein Monster ist, dann sollte es besser zusehen, dass es verschwindet. Kaspius, ein Monster hätte nicht an die Tür geklopft. Es hätte sie eingetreten. Auch wieder wahr. Vielleicht ist es ein Test. Was meinst du? Es könnte ein Test sein. Ein Test unserer Schule. Um herauszufinden, ob wir die Regeln befolgen. Die Standhaftigkeit beweisen die erste Tugend eines wahren Ritters? Du bist gar nicht so dumm, wie ich dachtete, Juri. Hm, du hast wahrscheinlich recht, Juri. Also Leute, wisst ihr, was zu tun ist? Wir sind echte Ritter. Die Tür bleibt zu. Öfft mir, Herren. Öffnet die Tür. Die haben wohl begriffen, dass sie uns mit ein wenig Klopf reinigt aus der Reserve locken. Und wir mit's wählen, öffnet die Tür, ihr Herren. Ich brauche dringend eure Hilfe. Das klang aber nicht wie ein Mann der royalen Garde. Was denn? Schon weich gekocht, Juri? Mal im Ernst, du wirst doch darauf nicht reinfallen. Das bisschen falsches Gejammer. Und schon wieder setzt du dich dem Kodex? Ich weiß nicht. Ich will nur das Richtige tun. Vielleicht braucht diese Person ja wirklich unsere Hilfe. Natürlich. Ausgerechnet in unserer Prüfungsnacht kommt ein womöglich schwer verletzter Mann an genau dieser Kapelle vorbei. Sag mal, bist du wirklich so abergläubisch oder tust du nur so? Jetzt lass sie doch endlich in Ruhe, Kaspius. Ist das so? Verdammte Axt! Ich glaube, ich werde mir mal ein wenig die Beine vertreten. Solange du nicht auf schräge Gedanken kommst. Okay, jetzt haben wir genau die Kontrolle über ihn. Dann machen wir doch mal das Erste, was man in so einem Spiel macht. Man schaut sich überall um. Und tatsächlich scheint es für, ja, jeden Ort, an dem etwas sein könnte, auch ein Event zu geben. Sowas finde ich immer sehr schön. Die Flasche auf dem Fass ist staubig. Ich kann das Etikett nicht lesen. Aber es muss wohl Wein sein. Feuerholz. Aber der Ofen ist ja aus. Ja, können wir den Ofen irgendwie anmachen? Hier ist nichts zu finden. Der Ofen ist aus. Hier auf dem Boden liegt nur kalte Asche. Dann nochmal mit ihm reden. Wenn du unbedingt aufmachen willst, dann tust du doch. Aber lass mich da aus dem Spiel. Ich habe nicht so viele Jahre darauf hingearbeitet, dass mir ein Dummkopf wie du im letzten Moment alles ruiniert. Mal gucken. Okay, hier gibt es leider keine Events. Finde ich schade, aber... Verreden wir nochmal mit ihm. Thuri, hör auf mich und lass es sein. Das ist wahrscheinlich nur ein Test unserer Schule. Aber diese Stimme, die klang so verzweifelt. Ich glaube nicht, dass das ein Test ist. Unsinn. Du musst mit uns jetzt sieben Jahre lang zur Ritterschule gegangen. Ich setze das doch nicht alles aufs Spielen. Ich... Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, ich sollte die Tür öffnen. Dann geht, Thuri. Aber wage es nicht, mir unter die Augen zu kommen, falls es schief geht. Und dass Caspius da drüben sich köstlich amüsieren wird, kannst du dir erdenken. Die Tür zum Kapellenturm ist abgeschlossen. Die Kapelle sah auf jeden Fall von außen ein bisschen größer aus. Dann schauen wir auch mal raus. Ja, die Kapelle verlassen. Dieser unsagbare Idiot! Thuri, was hast du getan? Thuri sieht im Übrigen ein bisschen aus wie Alex, aber nur vom Jar-Set her. Ihr, ihr seid hier, ihr Götter, ab Dank! Die Hände in der Tür geklopft? So ist es. Doch sag mir, in welchem Land befinde ich mich? Äh, Dagunau. Aber wieso wisst ihr das nicht? Wer seid ihr? Dagunau, ein Glück. Es ist so weit von Evelan entfernt, wie es nur geht. Evelan, warum spricht ihr darüber? Gibt es Probleme? Ich werde morgen für zum Ritter geschlagen. Dann werde ich das Recht haben, mit dem König zu reden. Keine Zeit. Ich? Ich kann nicht darüber reden, ich. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viel zu erklären, aber so wenig Zeit. Sollt ihr verletzt, braucht ihr Hilfe. Hilfe? Ja. Du musst mir helfen. Nein. Nicht mir. Unauwin. Unauwin? König Unauwin? Was ist mit ihm? Der, der ist in Gefahr. In großer Gefahr. Und nicht nur er, auch König Dagunaut. Aber was ist denn los? Rede doch endlich. Der, der Plan. Er darf den Plan nicht vollenden. Er ist bald bereit. Der zweite schadet sie um sich. Die Roten. Was? Wer schadet wen um sich? Was? Warum pasen wir so? Sag mir alles. Ich kann nicht. Der Fluch verbietet es mir. Was? Welcher Fluch? Der Botenfluch. Ich bin ein Gesandter, ein Botschafter. Mir wurde dieser Fluch auferlegt, damit ich mit niemandem über meinen Auftrag reden kann. Wir haben alle Deid. Nur von dem, dem ich treu bin, kann ich ungehindert sprechen. Hier. Ihr müsst gehen. Aber, was? Was? Hört zu. Dieser Brief hier. Ich darf euch nicht sagen, weil er da kommt. Leider. Der Botenfluch. Aber, ich darf euch sagen, wohin dieser Brief gebracht werden muss. Er muss da ohne. Ohne un. Ihr müsst diesen Siegebrief an meiner Stütze König Ohne unbringen. Aber, das geht nicht. Ich leiste in dieser Nacht meine Ritterprüfung. Eigentlich dürfte ich überhaupt nicht diese Kamelle verlassen. Und überhaupt, Ohne un? Sollte noch zu retten? Das gehört nicht mehr zu diesem Königreich. Es liegt weit weit weg, hunderte Meilen. Wie soll ich da hinkommen? Seht es ein. Ich kann nicht gehen. Sucht euch jemand anderen. Nein. Wer greift er denn nicht? Dieser Brief. Alles hängt von ihm ab. Alles. Ich kann euch keine Einzelheiten nennen. Und das tut mir leid. Der Flug verbietet es mir. Aber ihr müsst mir glauben. Alles, was ihr kennt. Alles, was ich kenne. Alles, das wir lieben. Weil das ist ein großer Gefahr. Aber was muss ich tun? Ihr wisst jetzt, dass der Brief zu König Unruh angebracht werden muss. Ich kenne mich ein wenig in den Königreichen aus. Ich scherke vor, dass ihr zunächst nach Schloss Mistrinaut reist. Ihr sprecht von dem Neustralen Freistein auf der anderen Seite des großen Stroms nahe der Küste, oder? Ganz recht. Sonst solltet ihr noch einen sicheren Ort finden. Und einen sehr treuen Verbündeten von Unruh und. Varao und Mistrinaut. An einem Schloss lebt der Botschafter Unruh und. Der Ritter mit dem weißen Schild. Wenn ihr ihnen von dem Brief erzählt, wird ihr wissen, was zu tun ist. Er wird euch helfen. Mehr kann ich euch nicht sagen. Ich muss mich in Sicherheit bringen. Nachdem ich untergetaucht bin, werde ich versuchen, auf anderen Baden nach Unruh und zu gelangen. Sollte ich überleben, werden ganz dort wieder so. Aber wieso sprecht ihr so? Werden die dir verfolgt? Ein königlicher Botschafter wird immer verfolgt, junger Herr. Ich habe keine Zeit mehr. Ich muss gehen. Bitte glücklich, mein junger Freund. Bitte enttäuscht mich nicht. Das hätte schreckliche Folgen. Und denkt daran. Der Ritter mit dem weißen Schild. Der Ritter mit dem weißen Schild. Was soll ich denn jetzt nur tun? Soll ich seiner Bitte nachkommen? Ach, verdammt. Naja. Bringt wohl ohnehin nichts. Ich bin noch länger herumzustehen. Ich sollte mich auf den Weg machen. Zurück kann ich ja ohnehin nicht mehr. Den Siegebrief werde ich sicher in meinen Taschen verbergen. Und nicht im Rucksack. Ja, also zurückgehen können wir nicht mehr. Was zum... Die Tür ist zugeschlossen. Die lassen mich nicht mehr rein. Ja, diese Affen. Ja, dann schauen wir uns nochmal hier im Wald um. Also Zufallskämpfe scheinen es auf jeden Fall nicht zu geben. Wie kalt und dunkel es ist in diesem Waldstreifen sich ein Monster umher. Ob ich mich gegen die verteidigen kann? Ich habe noch nie gekämpft. Jedenfalls nicht gegen Hechtefeinde. Die Stadt war immer so friedlich. Aber in dieser Wildnis wird mir wohl niemand helfen. Ich muss es in die eigene Hand nehmen. Da fällt mir ein, ich habe doch in der Rittersschule stets aufgepasst. Vielleicht gibt es in diesem Waldfranzen, die mir dienlich sind. Ja, Hinweis. In dieser Welt gibt es viele Händler, die gute und umwältig waren für die bescheuerten Zwecke. Allerdings ist Geld verdienen anstrengend und viele Waren, insbesondere Waffen, sind teuer. So manch ein Händler versucht, seine Kunden nach Strich und Faden auszunehmen. Deshalb solltest du, besonders in der Welt dieser Welt, ein Auge für das Verborgenen versteckte haben. Man kann nie wissen, was man fängt. Es gibt Kräuter, die man oft ebenso gut finden. Nochmal. Es gibt Kräuter, die oft ebenso gut heilen wie die Takturen vom Händler. Aber vielleicht findest du ja auch den einen oder anderen Ausrüstungsgegenstand. Ich hoffe nicht, ein Kräuterfeld. Solltest du einen Gegenstand finden, züge nicht in der Hand nicht zu nähen. Und zwar nicht zu vorschnell mit dem Verbräuter. Nur weil es nie zu etwas noch einmal gut sein kann. Ich meine, Herr, wie wild ist der drei Königreichers die Heimat vieler verschiedener Monster und Gegner? Kämpfe laufen Runden bei Sillern. Da du Gegner schon im Vorauss siehst, kannst du, wenn du es vermeiden kannst, vor ihnen fliehen. Kommt allerdings zum Kampf, musst du ihn gewinnen, um seine Reise fortsetzen zu können. Und manche Kämpfe müssen bestritten werden, um die Handeln voranzutreiben. Viele Gegner sind hier aber grundsätzlich nicht feindlich gelehnt. Bleiben ihm in ihr Revier fern und sie werden dich in Ruhe lassen. Schon mal alles gut zu wissen. Und speichern direkt an erster Stelle. Finde ich gut geregelt. Ist ja auch das Allerwichtigste. Schauen wir doch mal kurz ins Inventar. Wir haben ein Turnierschwert, das uns plus drei Angriff gibt. Einen knappen Umhang, der uns plus drei Verteidigung gibt. Und einen Kumulus, der uns noch mal plus drei Verteidigung gibt. Im Rucksack haben wir nichts. Fertigkeiten können wir den Rundum geben. Das ist nochmal extra. Ja, okay, gut. Dann gespeichert haben wir. Schauen wir mal kurz auf das Schild. Norden wird dabei. Besten alte Waldkapelle. Das hier ist bestimmt ein Gegner. Nämlich ein Insekt wahrscheinlich. Du wirst angegriffen. Kampfmusik kenne ich irgendwo her. Oder? Gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Also allgemein, die Musik bisher von dem Spiel und auch die Grafik. Also bisher auf jeden Fall muss viel rauf. Ich meine, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Aber der Held weiß es ja so gesehen selbst nicht. Wir waren ja dabei, unsere Rittersprüfung morgen hoffentlich zu bestehen. Das ist ja witzig, weil ich tämlich in Real Life auch eine echte Prüfung habe. Beziehungsweise wenn das ausgestrahlt ist, liegt sie schon hinter mir. Ja, wir finden eine Menge Käfer-Jettingen, Käfer-Augen, Gold und natürlich Erfahrungspunkte. Diese Runden, diese Runden. Das ist jetzt der Protagonist, der muss sich ja anders reden. Diese roten Blütenblätter. Ich kenne diese Pflanzen aus der Ritterschule. Das ist eine Feuerblüte. Feuerblüte, voll. Schön. Und hier scheint es... Was war das? Würfel zu geben. Und der Wald ist auf jeden Fall sehr groß. Ob man hier spielen kann? Nein, leider nicht. Die Baumstimme können wir auch nicht untersuchen. Mal gucken, ob wir den Plästchen mitnehmen können. Nein. Und hier sind noch mehr Käfer. Ein Waldrummer. Ich glaube, es ist das 2003er Standard-Kampfsystem. Ich erinnere mich noch daran, als damals Leute so ein Kampfsystem für den 2003er gemacht haben. Diese Pflanze hier. Das ist Milchgarbe. Wer es zerreibt und seinen würzigen Duft einhernt wird. Bisschen Nerven werden merklich entspannt. Einmal Milchgarbe gefunden. Schön. Hier hinten geht es natürlich weiter und da sind Gegner. Und auch schön. Gegner aus den früheren Fejdern respawnlichten. Diese Blume verströmt einen würzigen Duft. Sollte das ein Goldblatt sein? Goldblatt-Katze gefunden. Ja, mit Pilzen kennt er sich leider nicht so gut aus. Mal gucken. Nein, warum, wenn ich der Waldstraße folge? Stolperre ich mal mögliche über den Start machen. Abgesehen davon geht es ja nach Dagonaut. Das ist nicht mein Ziel. Ja. Wir wollen ja nicht nach Dagonaut in den Osten, sondern wir wollen nach Norden zum Wilden. Weil... Oh. Der Blitz hätte uns eben beinahe getroffen. Drücken kann man nicht durchgehen. Schade. Ja, dann doch mal das nächste Gebiet. Aber irgendwie... Also, ich weiß auch nicht. Also, wenn es 2003er Kampfsystem ist, da muss ich zugeben, gefällt es mir bisher in der Reichsweise erstaunlich gut. Also, es macht bisher... Ich meine, bisher ist natürlich nur Hinterkloppen, ne? Aber irgendwie... Die Kampfmusik ist schön, die Gegner sind fair. Ich meine, es sind halt nur irgendwelche dummen Sekten, weil wir sind Gritter. Also, wir sollten die eigentlich schon problemlos klatschen. Und gerade am Anfang, die Gegner sollten ja eigentlich vor allem dazu dienen, dass man ein bisschen auflevelt, dass man seine Attribute erhöht, dass man neue Skills lernt. So, dass man dann, sobald das Spiel richtig anfängt, auch was Sinnvolles machen kann. So. Ob wir mit dem Pilz interagieren können? Natürlich nicht. Nein. Hier ist wieder ein Käfer. Ich bin ja mal gespannt, ob wir auch gegen die Eichhörnchen kämpfen können. Bisher hatten wir auch immer das Glück, dass wir die Gegner überraschen konnten. Und einer der beiden Roma sieht auch anders aus als die anderen. Sie haben zwar beide denselben Namen, aber ich glaube, der hintere ist ein bisschen stärker oder hat mehr Trefferpunkte. Also, ich muss zugeben, ich bin bisher echt positiv überrascht. Ich weiß nur noch nicht, ob ich die aktuellste Demo von dem Spiel spiele. Es ist jetzt doch schon ein paar Tage oder Wochen her, dass ich mir das runtergeladen habe. Ja, das einzig nervige ist das Standardkampfsystem, das man auch ziemlich oft nicht trifft. Dafür haben wir danach einen Grid gemacht. Wir haben es allerdings nicht als Grid angezeigt wurde, aber es waren ja ganz eindeutig mehr Schadenspunkte. So dann hier mit dem Eichhörnchen können wir nicht kämpfen. Da ist das Feld so markiert, da kann man schon runterspringen. Hier geht es dann bestimmt ins nächste Gebiet. Springen wir doch mal runter und kämpfen wieder. Uh, Sumsel, den habe ich ja bisher noch gar nicht gesehen. Also eine Art, ja, Biene, Motte, was auch immer. Es ist ja gerade auch Nacht. Ich bin ja mal gespannt, ob das Spielentag-Nachtsystem hat oder ob das immer chronologisch geordnet ist. Sprich, je nachdem, was man im Spielverlauf gerade machen muss, es ist ja nur Nacht oder Nacht. Oh, wow. Holy crap. So. Dann stellen wir doch lieber mal ein paar Lebenspunkte her, weil das ist mir ja gerade doch ein bisschen zu gefährlich. Ich hasse es, extrem vergiftet zu sein. Ich wusste jetzt aber nicht, dass das in der Next Level Gegner ist. Ich meine, ich hätte es mir eigentlich schon fast denken können. Und ich bin auch mal gespannt, wie das im Gift geregelt ist, denn wenn das dann im Kampf nicht aufhört, habe ich auf jeden Fall ein ziemliches Problem. Direkt mal ins Inventar schauen. Ja, das Gift ist weg. Wir sind wieder gesund. Hier finden wir auch eine Pflanze. Hooperstängel. Das hilft meines Wissens nach beim Bauchschmerzen. Und wir finden eine Hooperstängel. Oh, dann sind wir jetzt hinter da. Oh, die Reste eines meines. Viel mehr ist nicht von ihm übrig. Will ich suchen? Na klar. Oh, was haben wir denn hier? Eine Fehler schwingen und ein gammeliger Schild. Sieht ziemlich ramponiert aus, oder besser als nichts. Na schön, ob wir von hinten in das Schloss reinkommen, wobei, nee, der Weg führt hier erlediglich zur Kapelle. Dann rüste ich mich mal noch aus. Erhöht die Verteidigung um zwei. Oh, wir haben 75 Trefferpunkte. Und dann würde ich den Part an der Stelle hier auch beenden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich freue mich auf den zweiten Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. 11 11 23 22 24 25 2000 duplic 25 22 Untertitelung des ZDF, 2020